Der BVB ist sich über einstimmende Medienberichten zufolge schon seit Wochen mit Pascal Groß einig. Allerdings, und da besteht aktuell auch noch das Problem, eine vollständige Einigung mit seinem Verein Brighton ist nach wie vor nicht in Sichtweite. Und dabei ist man tatsächlich gar nicht mal so weit auseinander, denn der BVB hat bisher bis zu 8 Millionen Euro geboten, während Brighton auf 10 Millionen besteht. Das bedeutet, zwischen der Einigung liegen gerade einmal, naja in dem Geschäft muss man gerade einmal sagen, 2 Millionen Euro. Vielleicht geht es ja auch ein Stück weit ums Prinzip, dass man für einen Spieler, der in einem Jahr ablösefrei wäre und bereits 33 Jahre alt ist, keine zweistellige Summe ausgeben möchte. Aber wenn man bedenkt, welche Qualitäten Pascal Groß mitbringt und dass der BVB diesen Spielertypen für die Systemumstellung durchaus dringend braucht, dann ist das schon ein Preis, den ich hier aus Brighton Sicht auf jeden Fall verstehen kann. Pascal Groß hat ja wirklich eine unfassbar gute Entwicklung genommen, auch wenn sie spät kam. Er ist zum deutschen Nationalspieler geworden. Er ist seit Jahren auf einem konstant guten Niveau in der Premier League. Und gleichzeitig gehört er auch zu den unverzichtbaren Stammspielern. Da versucht man natürlich das Beste herauszuholen. Und das ist ja auch völlig legitim. Eigentlich stellt sich ja nur die Frage, wann es denn die Einigung zwischen den beiden Vereinen geben wird. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, am Ende des Tages trifft man sich irgendwo in der Mitte inklusive Bonuszahlungen. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Was man aus BVB Sicht auf jeden Fall schon mal positiv werten kann, das sind die Worte des Geschäftsführers von Brighton, Paul Barber. Und zwar sagte dieser, natürlich würden wir ihn gerne behalten. Wir denken aber auch an die Phase, in der er sich in seiner Karriere befindet. Und an die Chance, die Dortmund ihm bieten könnte. Bedeutet also, dass man Pascal Groß grundsätzlich keine Steine in den Weg legen will. Und deswegen denke ich auch, dass man hier am Ende auf jeden Fall zu einer Übereinkunft kommen wird. Allerdings, und so ist es nun mal, wenn man mit Premier League Clubs verhandelt. Es ist anstrengend, es ist kräftezehrend, es ist irgendwo auch immer ein Stück weit überteuert. Brauchen wir auch nicht großartig drüber reden. Und entsprechend kann man davon ausgehen, dass sich das Ganze hier, auch wenn es jetzt nur um, in Anführungszeichen, wenige Millionen geht, noch ein bisschen ziehen wird. Aber was ich auf jeden Fall mal denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es jetzt stimmt, dass man nur 2 Millionen Euro auseinander liegt, dass es daran am Ende des Tages scheitert. Kommen wir jetzt zu einem Spieler, der mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht wird. Wenn es darum geht, dass ein Undaf-Deal eventuell platzt. Und da handelt es sich um den Spieler Arno Calimuendo von Startrennen. Hier berichtet Sky, dass die Verhandlungen noch nicht weit fortgeschritten sind und dementsprechend ist ein Wechsel in die Bundesliga auch noch nicht heiß. Es gab ja Medienberichte aus Frankreich, wo es hieß, dass der VfB Stuttgart ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro abgegeben hat. Aber dem soll wohl nicht so sein und sind wir mal ehrlich, ich glaube, da hat auch keiner dran geglaubt. Denn es ist schwer vorstellbar, dass Stuttgart trotz des Einzuges in die Champions League dazu bereit ist, über 30 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Wenn man bedenkt, dass man gerade auch erst einen Rekordtransfer mit Demirovic abgeschlossen hat. Und der einzige Grund, warum man bei Undaf jetzt nochmal ähnlich tief in die Tasche greifen würde, ist einfach der, dass Undaf in der vergangenen Saison überzeugt hat. Man weiß ungefähr, was man von ihm bekommt. Er ist wichtig für die Kabine, ein sehr guter Typ, eine potenzielle Identifikationsfigur. Und da würden wir schon von einer, ja, nennen wir es mal in Anführungszeichen Ausnahme sprechen, dass man da halt bereit ist, so weit an die Schmerzgrenze zu gehen. Bewerten wir das Ganze jetzt aber mal sportlich. Denn an sich ist das Interesse wohl zumindest mal da des VfB Stuttgart an Cali Muendo für den Fall der Fälle. Cali Muendo ist 22 Jahre alt und französischer U23-Nationalspieler. Er absolviert gerade seine vierte Profisaison in der französischen Erstliga und hat dabei auch schon teilweise echt sehr solide Scorer abgeliefert. In der Saison 2021 waren es beispielsweise sieben Tore und fünf Vorlagen in 29 Spielen. 2021, 2022 waren es zwölf Tore in 34 Spielen. 2022, 2023 waren es sieben Tore, fünf Vorlagen in 30 Spielen. Und jetzt in der abgelaufenen Saison 2023, 2024 waren es zehn Tore und vier Vorlagen in 30 Ligaspielen. Wettbewerbsübergreifend waren es übrigens 41 Pflichtspiele und 15 Tore und fünf Vorlagen. Also für einen jungen Spieler auf jeden Fall eine sehr solide Quote, wie ich finde. Und an sich ist das hier auch ein sehr spannendes Spielerprofil, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt mit Torgefahr, Geschwindigkeit, Dribbelfähigkeiten und einer soliden Physis. Auch wenn er jetzt natürlich mit seinen 1,78 nicht der klassische Mittelstürmer wäre. Aber das ist der Undarf beispielsweise auch nicht. Das Problem an der ganzen Sache hier ist allerdings folgendes, weswegen ich persönlich mir einen Wechsel von Cali Muendo zum VfB Stuttgart eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Und zwar ist Cali Muendo vor zwei Jahren für 20 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Startrennen gewechselt. Ungefähr in dem Rahmen bewegt sich auch sein aktueller Marktwert und sein Vertrag läuft noch bis 2027. Wir sprechen hier aber von einem Spieler, der durchaus ein gewisses Potenzial mitbringt. Dann kommt er noch dazu, dass er die französische Nationalität hat. Auch das ist ja momentan auch so ein Ding, wo man Spieler jetzt nicht unbedingt günstiger bekommt. Plus, dass man davon ausgehen kann, dass Startrennen hier definitiv Gewinn machen wollen würde. Sprich, dass man Cali Muendo für knapp über 20 Millionen Euro bekommt, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Sprich, die 35 Millionen Euro, die in den französischen Medien genannt wurden, könnten auch genauso gut als Forderung von Startrennen zu verstehen sein. Und ich denke, dass man ihn auch unter 30 Millionen nur sehr schwer bekommen kann. Und deswegen wäre mein Fazit an der Stelle stand jetzt, ja, sportlich bestimmt ein spannender Spieler für den VfB Stuttgart, finanziell nahezu unmöglich umzusetzen. Ja, unmöglich jetzt vielleicht nicht, aber es wäre extrem unvernünftig. Kommen wir jetzt zu einem Spieler, der beim FC Bayern auf der Verkaufsliste steht. Und zwar handelt es sich um Nusair Mazraoui. Der 26-jährige Marokkaner soll in diesem Sommer verkauft werden. Und das macht ja auch Sinn, denn auf der Rechtsverteidigerposition hat der FC Bayern so gesehen auch eine gewisse Überbesetzung, wenn man bedenkt, dass Sascha Boe wieder mit dabei sein wird, den man ja jetzt quasi als Neuzugang für den Sommer bewerten kann. Joshua Kimmich, wenn er bleibt, wird wahrscheinlich auch eher für die Rechtsverteidigerposition eingeplant sein. Und dann hätte man immer noch als Alternative im Zweifel noch Konrad Leimer. Und selbstverständlich wollen wir auch Josep Stanisic nicht vergessen, dem ich ebenfalls eine gute Rolle beim FC Bayern zutraue. Entsprechend braucht man Mazraoui nicht unbedingt. Und außerdem hatte Uli Hoeneß ja auch angekündigt, dass überhaupt kein Spieler mehr verpflichtet wird, wenn nicht vorher zwei, drei Spieler gehen. Und Mazraoui scheint auch jemand zu sein, der einen Markt in der Premier League hat. Denn sowohl Manchester United als auch West Ham United haben den 26-jährigen Rechtsverteidiger auf ihrer Liste. Und konkrete Gespräche sollen sogar bereits laufen. Und spannend wird jetzt halt sein, welche Ablöse die Bayern denn am Ende kassieren werden. Fakt ist, 2022 hat man ihn ablösefrei von Ajax Amsterdam bekommen. Das bedeutet, egal was die Bayern hier einnehmen, man macht auf jeden Fall Gewinn. 30 Millionen hatte man sich eigentlich erhofft. Diese Summe entspreche zumindest auch dem von Transfermarkt.de geschätzten Marktwert. Und ich hätte jetzt auch gesagt, dass diese Summe marktgerecht wäre. Aber laut Sky haben die Bayern wohl ihre Forderungen von 30 auf 20 bis 25 Millionen Euro gesenkt. Und Sky geht sogar so weit, dass ein realistischerer Preis 15 bis 20 Millionen Euro wäre. Und damit, wenn das so durchgehen würde, wäre Mazraoui ein absolutes Schnäppchen. Und das wäre echt geisteskrank, wenn die Bayern ihn tatsächlich so günstig abgeben würden. Und dann mal im Ernst, bis zu 30 Millionen ist Mazraoui in meinen Augen auf jeden Fall wert. Und gerade bei Premier League Klubs sollte man jetzt nicht unbedingt klein beigeben. Es kann ja nicht sein, dass die ihre Spieler gefühlt für das 3-4-fache ihres Marktwertes verkaufen können. Aber umgekehrt, selbst dann nur bereit sind, in andere Länder nur die Hälfte zu zahlen. Also da sollte man jetzt schon aufpassen, da nicht unnötig zu sehr entgegen zu kommen. Klar, man weiß natürlich, der FC Bayern will verkaufen. Das macht die Verhandlungsposition nicht besser. Aber gleichzeitig ist bei Mazraoui auch der Fakt da, dass er ein Spieler ist, der gerne mal mit Muskelverletzungen zu kämpfen hat. Nichtsdestotrotz bringt er definitiv eine gewisse Qualität mit. War ja beim FC Bayern jetzt auch nicht so schlecht im Schlussspurt der vergangenen Saison. Im Gegenteil, für mich sogar einer der besseren Außenverteidiger. Hat ja auch nicht umsonst teilweise auch Davies auf die Bank geschickt. Und wenn ich mich nicht irre, hat er glaube ich auch gegen Real Madrid eine ganz gute Leistung abgeliefert. Aber gut, warten wir da einfach auch nochmal die Entwicklung ab. Bin echt gespannt, für welchen Preis die Bayern ihn dann am Ende ziehen lassen. In jedem Fall kommt jetzt, was Abgänge angeht, auch so langsam Bewegung rein. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv zu bewerten. Wir behalten das Ganze natürlich auch weiter im Auge. Und wenn es da was Neues zu berichten gibt, werde ich mich wie immer bei euch melden. Bis dahin findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei und bleibt am Ball.